Beschlitten! Totalaktuelles Gewicht sind 79,5 Kilogramm. Und den dürfen wir sagen morgen gegen nach vom Messersportstall innen zum Wien rufen. Und hier ist ja, hier ist Hashti Raschniggi! 24 Jahre alt, aus München. Sein Trainer ist Dirk Schomsky. Und sein aktuelles Gewicht sind 78,9 Kilogramm. Er hat mittlerweile 36 Kämpfe. Und ich glaube, da können wir morgen einige verwachen. Und das ist ja, hier ist ja, hier ist ja... Und jetzt ist das! Und ich habe mich nicht gehört. Und ich bin da, hier ist ja... Das ist ja, hier ist ja...